an flow war übrigens auch interessant von dat game company das ist das meistverkaufteste spiel im psn war im jahr 2007 das erste spiel von der firma bzw das erste richtige angesetzte spiel das klaut mal abgesehen und ja so erfolgreich natürlich nicht alles passiert perfekt da gab es nämlich auch keine kleine verschiebung bei dem geben hat allerdings nicht viel ausgemacht hat ihr das spiel sogar etwas verbessert und diese blöden fischer scheinen wieder da zu sein er kommt nicht das gefällt mir nicht ich bezweifle dass er sich erwischen lässt im gegensatz zu mir wo geht er eigentlich lang hat einen komischen bewegungs ablauf ich gehe mal noch zu fuß ich benutze das fliegen im notfall lieber das ist mein kommen das game hat übrigens auch viele auszeichnungen bekommen also auf flow jetzt äh ding flow bezogen und zwar war es das best downloadable downloadable games of the year also das wie schon erwähnt meistverkaufteste spiel 2007 das wurde grafische auszeichnung dafür und ich denke die dinger sind damit ich mich davor verstecke ich affe ja den hast du mich gerade weggefegt okay ich habe es verstanden und für best innovation also die beste innovation was ich hier nur bestätigen kann also wie gesagt das spiel hat mir auch sehr viel gefallen mikroorganismus durch verschiedene welten fliegen und je nach mikroorganismus die steuerung ist auch ganz simpel wie bei flower ungefähr man bewegt einfach nur mit der bewegungssteuerung und jeder mikroorganismus hat eine spezielle fähigkeit die man mit einem beliebigen knopf außer start das für pause steht aktivieren kann und natürlich den psn knopf doch kein sandsturm den ich gesehen habe sondern schneesturm in der geschichte so leicht kann man sich irren da sind wieder die wie ich sie interpretiere gräber wer japanisch kann kann sogar das hier lesen was hier steht ist ein secret gefunden mein freund nicht wirklich okay gut allerdings immer schön ausschau halten ist ja keine schlechte idee ich habe dich auch lieb mein freund folgt mir jetzt na ne der geht nun voraus okay ich gucke mal kurz ob hier was ist allerdings könnte theoretisch überall was versteckt sein vor allem in so auffälligen dingern ja er scheint auch in die richtung zu gehen allerdings ist das doch nicht so auffällig wie ich dachte ne hier ist nichts okay ja wir suchen beide wie verrückt der will seinen schal wahrscheinlich sehr stark erweitern vielleicht auch ein netzplayer wenn ja schöne grüße mein freund so die musik hat aufgehört ich hoffe die viecher kommen jetzt nicht ui der mond ist sogar schon aufgegangen ich bin eher für links was meinst du meinst rechts er geht vorsichtig ich folge ihm mal weil es tatsächlich wie ein secret aussieht oder das oben war secret allerdings war der weg bisschen offensichtlich was ist denn hier wir frieren hier nur ein gut gegenseitig können wir uns ein bisschen wärmen aber mehr nicht hier ist doch absolut nichts und darunter würde ich auch gar nicht empfehlen zu gehen angeber okay hier ist nichts ich schaue wieder ab komischer bereich aber was soll's ja fliegt mal ein bisschen ich kann nicht fliegen mist das ist natürlich schade der schnee scheint mich einigermaßen zu lähmen auch schön diese windgeräusche so details achte ich immer gerne doch kommen wir zum nachfolger von flow flower das spiel hat nur von der reinen entwicklungszeit also vom reinen programmieren sechs monate gebraucht allerdings insgesamt haben sie natürlich länger gebraucht zum planen und so worum handelt flower man ist sozusagen der wind wenn ich das so mal ausdrücken darf und fliegt durch verschiedene blumen und bringt sie dazu zu blühen indem man sie einfach hindurch fliegt da nimmt man dabei eine blüte mit und die blüte fliegt dann im wind mit und dann hat man am ende so einen ganzen kleinen haufen blüten die einem folgen ah schön warm endlich mal hier ein bisschen aufpumpen sehr schön endlich mal ein bisschen energie hier muss ich nicht so frieren vielleicht kann mich der schnee wirklich einfrieren auf dauer so mein kumpel ist mal wieder weg auch sehr interessant das können wir bestimmt wieder zum leben erwecken das hat seinen zweck erfüllt das reicht mir ja und wie gesagt man muss einfach die blumen zum blühen bringen auch grafisch ist das spiel sehr schön das ist ein großer unterschied zu flow und journey grafisch einfach richtig geil und ja also viel gibt es zum spiel netz sagen wie gesagt die sind sehr simpel aufgebaut und der schwung wird immer stärker ich kann mich kaum noch fortbewegen flower kam übrigens februar 2009 raus das war das nicht meistverkaufteste spiel in einem jahr aber das 10 meistverkaufteste spiel in dem jahr und hat natürlich auch eine menge auszeichnungen bekommen für dies und jenes ich kann ja auch ein bisschen was zum leben erwecken allerdings hat es wirklich Sinn was ich hier mache und nein ich sehe schon wieder diese blöden fischer mindestens habe ich versteckmöglichkeiten was sind das nur für fischer die tauchen in der geschichte bisher kaum auf gefährlich weil die sich frei bewegen können naja ladet man mich ein bisschen auf mit der energie ah toll und der sturm wird auch immer stärker wie soll ich so zum berg schaffen tatsächlich dieser scheiße wind der schnee fliegt mich total ein die dürfen mich bloß nicht entdecken oh sonst bin ich wieder futsch da scheint es einen kleinen gang zu geben auch schön dieses gefühl dass die welt so groß ist ich meine wahrscheinlich gibt es einen linearen weg aber trotzdem hat man das gefühl es geht eigentlich überall lang oder es geht überall lang nur ich glaube es nicht ah da können wir uns wieder aufwärmen wahrscheinlich jedenfalls hoffe ich das die menschen gehen zum berg wo die energiequelle zu sein scheint okay sind wir denn schon da also wir können schon mal hier runter die musik wird nicht gerade fröhlich wie eins dieser fischer kommt okay ich denke ich sollte nach rechts gehen nicht mehr da lang so das gefühl habe ich allerdings diese verstecke sind nicht umsonst das problem ist mein charakter fliert tatsächlich immer weiter ein allerdings andererseits kommt mir das gebiet sehr bekannt vor au so viel schar bin ich denn hier gibt mir doch einer mal eine richtung das ist kein spiel das einen an die hand nimmt muss alles selbst herausfinden die ich erscheine aber nicht zu kommen mich nicht zu bemerken und ich kann ungehindert durch die frage ist wo bin ich jetzt kaum gleich habe ich geschafft noch ein stückchen jetzt es kommt mir tatsächlich ich habe mich verirrt in dieser eisöde ich bin wieder zurückgelaufen ich stepp aber die frage ist ab wann bin ich zu ich bin im kreis nur gelatscht das ist ein blödes eislabyrinth ich orientiere mich jetzt am fischer die am mond mal sehen ob das hilft journey war dann das letzte spiel von dead game company am 13. märz oder 14. märz ich habe zwei verschiedene daten keine ahnung genau 2012 kam dann journey raus später dann auch diese collectus edition die ich jetzt habe die kam raus laut dem kritikpunkt naja hier war ich schon auf das da aktiviert die kamen auch in der collectus edition aus dem simplen grund da die drei spiele eine sehr kurze spieldauer haben sollte der preis gerechtfertigt werden deswegen diese collectus edition damit man eben ja für sein geld auch was bekommt der erste gedanke bei so bei den spielentwicklern von dead game company ist immer nicht was soll das spiel ausdrücken oder wie soll das aufgebaut sein nein nein sondern ich weiß nicht welchen weg ich gehen soll ich gehe mal den weg von da komme ich von hier das ist mir bewusst ich sehe aber den mond auch mittlerweile nicht mehr natürlich mies aber ich denke hier bin ich auch schon mal gewesen das ist hier im kreis kann es sein alter dieser schneesturm ist sowas von krass ich glaube nicht dass wir das hier überleben das wird unsere letzte reise der erste gedanke ist bei ihnen welche emotionen soll das spiel hervorbringen beim spieler und mit diesem denkmuster gehen ich denke gar keine spielefirma um sie sind die einzigen alter das ist die große reichweite wenn das ding mich sieht gelb bin ich tschüssikowski oh Gott die sind ja überall verdammt ich bin zwar mindestens auf dem richtigen dampfer aber was bringt es wenn ich nicht überlebe so gut versteckt bin ich da muss ich hin da muss ich hin jetzt bin ich nach rechts ja nein dieser blöde sturm ich komme kaum voran man muss sagen die sehen ein bisschen lieb aus das Geräusch erinnert mich auch ein bisschen an Wale ganz ruhig bitte nicht atmen wir schaffen das schon nur keine Panik okay Oha, selbst mein Geräusch-Dingsbums ist total schwach. Ich kann kaum noch... Ah, doch jetzt ist es ein bisschen stärker. Aber das Gebiet scheint auch wieder etwas ruhiger zu werden. Erholsamer. Die Sicht gefällt mir noch nicht, dass hier in einem Moment etwas kommen kann. Allerdings ein paar Drachen folgen meinem Weg. Ja, ein bisschen wärmen hier, komm. Allerdings bringt das eh nicht viel, vor allem wenn die Drachen alles zerstören. Und, haben wir es geschafft? Hier können wir wieder alles zum Leben erwecken. Anscheinend nach, jedenfalls für kurze Zeit. Das kann uns den Weg ebnen, wenn ich es so richtig machen würde. Hoffentlich sind wir bald da und haben unseren Ziel erreicht. Denn mir ist kalt. Und hier scheint es gar nichts zu geben. Hier geht es nicht mal lang. Hier geht es aber lang wahrscheinlich. Komm, 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 komm. Ja, perfekt. Und wieder hoch. Geschafft. Keiner kann mich aufhalten. Ein weiteres Ziel von Dead Game Company ist, sie wollen die Grenze der kommunikativen Medien in Games erweitern dadurch. Meiner Meinung nach haben sie es auch erreicht. Ich habe auch gelesen, in Flower zum Beispiel wollten irgendwelche anderen, größeren Firmen, dass sie da aus irgend so ein ökonomisches, ne, ökologisch, oh Mist, jetzt habe ich wieder den Unterschied vergessen. Ökonomisch und ökologisch. Jedenfalls so ein Naturspiel machen im Sinne von Nachhaltigkeit, denkt dran und so. Allerdings hat der Hauptentwickler sich da geweigert, weil er findet, dass er noch zu jung ist, um eine große Botschaft zu präsentieren. Und da jetzt ihr Exklusivvertrag ausgelaufen ist, mit Sony. Die drei Spiele bleiben natürlich exklusiv bei Sony. Aber jetzt sind die Entwickler auch frei und können auch auf anderen Konsolen zeigen, was sie drauf haben. Und das lässt eventuell mehr Potenzial. Vielleicht auf PC. Da ist ja mehr Leistung möglich. Das sind allgemein ja fast alle Möglichkeiten. Alter, der Typ friert einfach nur. Ich kann kaum noch was machen. Äh, was war das? Das hat sich nicht gut angehört. Ah, natürlich. Es fängt doch an zu stürmen. Wer hätte das gedacht? Aber da ist der Berg. Wir sind nicht mehr weit entfernt. Wir schaffen das! Ich lasse mich jetzt nicht mehr von den Lappen hier aufhalten. Ich schaffe es! Wir haben das. Schöner Wind. Oh oh. Diese komischen Viecher allerdings können wir schon was. Auch schönes Detail, dass man die Spuren im Schnee sieht. Oder auch am Anfang im Sand. ein schönes Detail. Und die Musik wird immer dramatischer. Allerdings wird es nicht zu meinem Schaden sein. Äh Kommt es mir nur so vor, da habe ich keinen Schal mehr. Ich habe keinen Schal mehr. Was? Alter, der Typ fehlt hier ein. Die Lebensenergie ist tot. Ich kann nicht mal Geräusche machen. Überlebe ich überhaupt die ganze Reise hier? Oder wirklich tatsächlich meine letzte? Der Typ humpelt ja schon. Der kann sich nicht mehr bewegen, der Arme. Nein! Nein, fast hättest du es geschafft. Das ist ja, ich auch. Die Person, die ich heute in der Gegend bin. Das ist für Sie.